Oh, ähm, yo, scheiße, das Video geht ja schon wieder los. Hallo Leute, ich bin gut drauf. Geht's euch gut? Ja, mir geht's gut. Tja. Auch wenn der Stein wie ein hilfreicher Aufzug dient, der ist nichts weiteres als ein weiteres Folterwerkzeug aus Donkey Kongs tödlicher Werkzeugschmiede. Auch wenn's nicht so aussieht, Donkey Kong ist ein Genie. Anders als sein Name es vermuten lässt. Joch, ey, schade, guckt euch doch nur 4,60 an, da sieht man den vollen Ausmaß eines Genius. Hier aber auch schon. Oh, hohohohohohoho. Boah, sieht ja noch nicht mal richtig angefangen. Man sieht ja mich nur noch, jo, Schlucht und Wein. Nein. Nächstes Mal ein einfaches Spiel, ja, denke ich mal. Lufia, Lufia ist einfach, Lufia ist billig. Na ehrlich. Oh, ich glaub ich das noch sagen werde, wenn ich wieder Lufia spiele. Oh, Gott, nein, jetzt kann ich... Och, och, hab ich den letztes Mal nicht aktiviert? Doch nicht, das war ja... Boah, komm. Jetzt, jetzt echt, ich könnte jetzt nach unten gehen, mir was zu essen holen. Soll ich das machen? Ich bin gleich wieder da, Leute. Nein, war natürlich nur ein Witz. Äh, als ob ich so etwas tun würde. Ähm, ich bin jetzt erstmal ruhig, ich brauche Konzentration. Absolute Konzentration und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wiederhole meine Floskeln immer, ne, meine Schluchtfloskeln, meine Schreifloskeln. Aber ich hab nicht mehr viele Leben. Ich darf jetzt nicht Game Over gehen, da muss ich vom letzten Savepoint und das ist doch sowas von... Oh, das wäre bitter, das wäre frustrierend, wenn ihr das im Video seht, dann... ...wenn ich mich wohl für den totalen Versager halt und mich hassen und... ...aufhören meine Videos zu schauen, also es hängt... ...es steht viel auf dem Spiel. Das sind Geräusche beim Laufen, das ist mir gar nicht mehr aufgefallen, wie lustig die doch sind. Ups, ups, ups. Ich zögere nur aus ihnen vermeintlich heraus. Zwar Pauline, das ist Entführung. Erneute Entführung. Warum bleibt der Affe auch stehen? Wenn wir ja nicht stehen bleiben, will wir ja schon viel weiter und ich könnte ihn nicht mehr herholen. Komm, Affen können viel schneller rennen als... ...so ein kleiner... ...ähm, die sind doch so ein kleiner Italiener. Puh, das ist jetzt echt die Königsklasse hier, Leute. Puh, das ist nichts für einfache, kleine Noobs. Das sag ich jetzt, der größte von denen. Äh, haha, okay. Kann man eigentlich drauf stolz sein, der beste Verlierer aller Zeiten zu sein? Also, nein, der schlechteste Gewinner, so war mal die Frage, ja? So ein bisschen komisch. Okay, das klingt jetzt ein bisschen billig, ne? Das war mal bei Walk of 3, glaub ich, mir war mal so eine Frage. Darauf stolz sein können, wenn der schlechteste Pro in Walk of 3 ist. Ich wäre stolz drauf, denn ich kann nichts und niemanden in... ...so ein Spiel, was hier nichts verloren hat in dieser Let's Play schlagen. Also, hm, hm, aber ich bin öfters mal im Battle.net. Und einfach nach dem Namen Clunky, vielleicht findet ihr mich da mal. Wäre lustig. Okay, es geht weiter und es wird noch schwieriger, immer schwieriger. Immer so schwierig, dass ich das Spiel frustriert aufabbrechen muss, weil ich, äh... ...traumatische Störungen sonst bekomme, äh, oder so. Juhu. Und die Leiter ist unter Strom, das wird natürlich sehr logisch verdeutlicht durch diese... ...Viecher da. Oh, ich denke mal, die Mülltonne davor, mir ist ein Gegner. Also, sei gewappnet, Mario. Ach, nein, ist das nicht. Oh, dann werde ich die Mülltonne dazu nützen, ein paar... ...dieser Flammen zu löschen. Oh, boah, Mario. Mario, trink mal ein bisschen Zielwasser. Das bin ich. Nicht Mario. Komm her. Oh. Verdammt, jetzt ist es ein Gegner. Jetzt ist es einer. Ah, hier, ich hab den Schlüssel. What the fuck? Der geht nicht kaputt? Ich dachte, das ist der Schlüssel, um alle Gegner zu erledigen. Der Schlüssel zur absolut Vernichtung, zur Endlösung der... ...äh, Mario-Gegner-Frage. Aha. Boah, war das kacke. Yeah. Ich laber auch manchmal echt ziemlich dummes Zeug, jetzt, wenn ich alle merke. Ich will hier nicht so ein... ...äh, äh... ...ich möchte keinen Let's Player oder so nennen. Der dummes Zeug labert also. Aber ich möchte nicht so einer werden. Und ja, ich hab bewusst an jemanden dabei gedacht. Oh, oh, fang ruhig an. So, ähm, weiter geht's. Mit zwei Brücken auf einmal. Ich glaub, ich komme nicht weiter. Schnell, schnell, schnell. Mario, warum liegt er da im Staub? Da. Ich hab dich hier am meisten gebraucht und jetzt hast du mich am meisten enttäuscht. Mario, wie kannst du nur... ...wenn man nicht braucht. Du warst mal mein Held. Weißt du das als Kind? Hab ich dich vergöttert? Na, war das Mario der erste... ...das war nicht unbedingt nur Mario. Es war auch Link. Es war auch Earthworm Jim. Ja, auch der war das. Weiter, schneller. Ja, Mario, jetzt leg ich mich im Dreck. Boah, war das. Die geben beide gleichzeitig weg. Nein, einen brauch ich auch gar nicht. Hallo? Schlüssel. What the? Um Gottes Wille, das fliegt mit einem Streich. Okay, ich kann auch einfach springen, aber ich würde den Schlüssel auch immer schmeißen. Das durfte ich nicht. Also nicht wundern, warum das so war zu kommen. Ich war auch noch ein Level vor Donkey Kong. Ich wollte Bowser sagen. Ja, das gewöhnt man sich auch irgendwie nach so x-beliebenden Nachgespielen an. Und hoffentlich geht das kurz und schmerzlos, damit wir schnell drauf kommen, knutschen können. Boah, Klang ist abartig. Ja, geh weg, schubst dich doch irgendwo als nächstes Loch, man. Und jetzt? Oh, so leicht ist es nicht, natürlich nicht. Wär auch zu schön. Nee, Schlüssel lasse ich erstmal dort. Gott. Was soll ich jetzt nochmal machen? Ich weiß es nicht. Erstmal mich wegschubsen lassen. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, du Scheiß-Sack-Gesicht, Mann. Das ist ein Legionär, so ein Römer, ne? So sehen die Römer also aus in diesem Spiel. Da mangelnda Pixel-Fertigkeiten. Das ist so echt... Boah, mein absolut realistischer Gegner, das wäre doch mal was, oder? Wäre echt freaky, also richtig komisch. Okay, jetzt geht's weiter. Okay, es ist leicht. Leichter als so manch anderes Level. Oh, ne? So. Ich muss aufpassen, vielleicht wenn ich unter ihm hervorkrieche, könnte ich gekillt werden. So, dass ich wieder spiele es. So, was kann denn jetzt noch schief gehen? Ich mach ein bisschen über die Tür, sag lieber da. Boah, nerv nicht, du. Wuhu, es ist der Donkey Kong. Wir können auch die vierte Welt sehen in diesem Fall. Hau dich doch. Hoffentlich wird es wieder so einfach wie eh und je. Man ist ja bei den letzten Donkey Kong-Level immer die einfachsten. Oh, es geht weiter hoch. Ich muss also aufpassen, nicht getroffen zu werden. Oh, 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 oh. Wie vor, gar ein bisschen nur. Geht's nach oben. Oh, weit her, gut. Ah, ich muss auf die Kisten, glaub ich, springen. Oh, 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 oh. Ich darf jetzt auf die Kisten springen, oder? Ich muss, glaub ich, warten, bis hier unten ankommen. Und dann bitte bis nach ganz oben tragen. Na, wenn du drauf stehst, Donkey Kong. Dusseliger Affe. Das würde genau besitzen. Boah, okay, das ist echt Zeit, daraus schinden, ne? Also dafür würde ich mehr als zwei Minuten brauchen. Aber ich kann, glaub ich, mit diesem Schulterstand, oder ach, mit dem Handstand, äh, kann ich doch eigentlich viel Geschoss abwehren. und dann sollten sie sich aufrecht stehen lassen, glaub ich, so war's. Ich hab leider feck, es wieder geht. So, so ging er. Ich muss doch nochmal Mario, Mario, so. Wär, wär vernünftig. Wär vernünftig drauf. So geht das genau. Wow. Oh Gott, ich will. Soll ich lieber warten, bis nach wann unten kommen? Das dauert zu lange, Mann. So, jetzt hoch. Take this, man! Fuck, Donkey Kong. Scheiß Affe, komm, den Part will ich da noch machen. Das darf nicht sein, ich will ein Part, eine Welt. Komm, das ist nicht genug, man muss mir bleiben. Komm, komm, bleib. Oh, ich bin nicht tot, ich bin nicht tot. Mario, du stirbst jetzt nicht. Ich befehle es dir. Mario, Handstand, ich krieg's immer noch nicht richtig hin. Eigentlich kann ich ja, wo es mich überwegs meiner Videos ist, knapp in die 11 Minuten angrenzen mit meinem Videos, soweit ich weiß. Was wird denn zum ersten Mal zum Einsatz kommen, Leute? Premiere, oder auch nicht? Ich muss ja noch einmal treffen. Mario, mach nicht den Handstand, so. Los. Komm, wer vernünftig? Komm, du willst mich doch treffen, du guter, lieber, toller Affe, du. So, und jetzt nur noch... ...Finish! Ja, Mann! Ich hab's sogar noch vor 10 Minuten geschafft, aber in der Video geht länger als 10 Minuten. Oh, ich glaub... Oh, okay. Und...